Wenn ich sage, bei mir hat es mehr drin von Gott als bei dir. Oder bei mir ist es mehr richtig als bei dir. Das ist eben, ob jetzt richtig oder falsch, um diese Diskussionen dreht sich bei so vielen Leuten läuft es auf diese Diskussion raus. Und die finde ich ätzend. Ich habe mehr Lego-Steine zu Hause als du. Bei mir ist es richtiger als bei dir. Und Offenheit führt eben nicht in erster Linie diese Diskussion. Sie führt sie wahrscheinlich eben gar nicht. Sondern sie sagt, ich möchte verstehen, wie du tickst. Und dann darf ich damit was anfangen. Und die Fragen nach der Richtigkeit, die sind eben, habe ich das Gefühl, in diesem Bereich der Offenheit, die sind einfach nicht zielführend. Das sind eigentlich die falschen Fragen. Und weil darauf gibt es ja dann, da können wir uns nur irgendwie in die Haare kriegen. Egal, ob wir nach dem richtigen Glauben, der richtigen Kunst, der richtigen Lebensweise fragen.